hey leute naruto element hier heute mit einer live stream ankündigung wer dabei ist domi und papa dragon und natürlich ich und der live stream fangt am samstag an und endet wahrscheinlich sonntag weil wir werden wahrscheinlich also wir starten um 18 uhr 18 uhr am 23 märz das ist der samstag und wir werden wahrscheinlich irgendwann in der nacht aufhören also in der früh besser gesagt am sonntag ja was wir spielen werden minecraft black ops world at war call of duty battlefield shoot mania oder das auch immer heißt dass ein komischer shooter sein neuer eigentlich in der beta phase sieben city happy wheels slender slender eine custom map dann zivari medical warfare oder wie das auch immer heißt es ein krieger also ist nichts krieger sein dritter spiel dann garrys mode ich glaube das kennen vieles ein bauspiel wo man alles machen kann alt die arktik komplett komplett so das war jetzt ein versprecher arktik kommt das wort ist ja auch kacke heißt komplett ja und es ein so art call of duty auf billig und dann wir werden natürlich nicht die ganze zeit durchspielen sondern auch anderes zeugs machen keine ahnung q&a ihr könnt uns video fragen schreiben die ich beantworten im live stream oder beim live stream wenn es euch auf twitch angemeldet habt dort einfach dingsen ja und in der beschreibung unter dem video da ist gleich der link zum twitch link twitch auf twitch wird das ganze live streamt warum weil es am besten geht und ja ihr braucht eigentlich einen computer nur und dann könnt ihr zuschauen dass es nicht vergesst weil ihr nicht video liken das ist nicht so ein billiger ihr könnt es natürlich auch auf später ansehen oder gleich auf die twitch seite gehen und die als lesezeichen markieren dass es nicht vergesst ihr könnt ihr irgendwann zwischen samstag und sonntag oder samstag am abend vorbeischauen ja oder sonntag in der früh oder so zeugs halt wir werden mindestens eigentlich durch die nacht halt bis zum 1 live streamen oder länger keine ahnung auf jeden fall wir haben nicht nur spielen dominik hat das ein paar ideen vielleicht paranormale geschichten von dominik ja und zeugs ja der welt paranormale geschichten später dann auch slender während gegen das länder spielt ja und dann vielleicht noch in einen quiz oder so youtube erraten keine ahnung einer spielte youtube und der andere müssen erraten keine ahnung zeugs halt und wenn es wir twitch ein konto haupt dann könnt dort im chat mitschreiben dominik oder so irgendeiner von uns wird im chat immer mitschreiben da könnt ihr fragen stellen oder einfach comments schreiben und die fragen werden wir dann beantworten wir werden wahrscheinlich eine pause von einer halben stunde dazwischen machen zum essen oder werden vielleicht zuerst essen keine ahnung aber dann schauen ja dann zum schluss also jetzt am video dran hängen die live streams vom letzten live stream der war lustig drei stunden mit dominik also das video ist jetzt nicht drei stunden live stream war drei stunden mit dem dominik aber auf jeden fall finde ich die live streams sind viel lustiger als videos wenn ich selber jetzt anschauen nachher weil passieren einfach lustige sachen und zeugs halt und weil man nicht nur call of duty spielen es ist abwechslung ja ja left for the 2 wenn man sich auch spielen soll ich komplett vergessen ace of spades wer es kennt vielleicht danach und anderes zeug ihr könnt ihr in die comments schreiben dann weil welche spiele spielen soll kostenlose weil ich glaube ich kaufe jetzt nicht eins der kostenlose spiele und dann kommen jetzt im anschluss die highlights und viel spaß mit den highlights und ich hoffe wir sehen uns da im live stream also bis zum live stream ja tschüss bis zum nächsten live stream und viel spaß mit den highlights ich glaube ich bin es nicht auf der xbox live streamen über fast nicht selber das schauen wir uns im replays dann leider können wir jetzt nicht auf der xbox zocken weil wir haben es jetzt versucht aber das internet war so schlecht dass das irgendwie nicht funktioniert habe so ein slow noch mal dauern und schauen dann wie sich die sender überfasst zockst du mal Leute schauen auf das ganze flüssigen ab und du musst das viel mehr eindrücken dass du ein bisschen kannst jao wow jao jao ah jetzt auch sorry there was a problem das ist eklisch ist auch nicht deine stärke einmal zocken ne zerstör nix nein 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 was fühlst du auf was fühlst du auf was bringt er das eh der sieht dich auf der karte das hat der andere Schoss reinlegt der hat noch eine kugel 2 2 sie ist 2 Das ist ja ein depperes Messer, das ist ja ein Opfer. Hey, ich zuck aus, ich sag das, das ist nicht der Zara-Spiel, nicht mehr. Hey, das ist so schwul. Was soll das sein? Verwaschen? Na, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Komm her, komm her, komm her, komm her. Was ist das für ihr noch? Ja, da haben wir einen Spinn gezogen. Was? Ja, komm her. Was soll der Scheiß, wo wurde er geschlossen? Ich will den Elegator da oben. Den hole ich runter, glaube ich, den hole ich runter, komm her. Das ist geil. Scheiß-Traktur, oder? Der hockt sicher, der hockt sicher, da ist ein Samstag drin. Was? Ich verstehe raus, komm, wo ich würde schreiben. Oh, fuck. Oh, bin ich... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF, 2020